Sorry, ist mir voll peinlich, aber ich hab echt Angst hier allein. Ach so, ist ja kein Problem, ist ja auch echt creepy. Mit dem Wind von draußen. Ja, ich hab halt echt lange nicht mehr allein geschlafen. Okay. Ja, weil mein Freund ist eigentlich immer... Ach so, ja, kein Problem. Also, ich kann dir vielleicht ein paar Tipps geben. Ich kenn mich selber ziemlich gut aus, würde alleine schlafen. Hast du da noch ein Pyjama drunter oder bist du ein Unterbäsche? Also, nicht, dass ich das schlimm finde, wenn du Unterwäsche anhast. Also, Unterwäsche ist auch sehr cool. Ich zum Beispiel schlafe ziemlich oft nackt. Entspann dich. Wir schlafen nur in deinem Bett. Ich bin voll entspannt. Trotzdem hab ich zur Sicherheit mal ein paar Kissen aus meinem Zimmer gebracht. Ist viel gemütlicher. Wo hast du denn die ganzen Kissen her? Aus meinem Zimmer und von zu Hause hab ich auch eins mitgebracht. Das ist das Lieblingskissen von meiner Mutter. Oh, oh... Ich